Wir haben ein Paketchen gekommen. Ich glaube, ich weiß nicht was es ist. Doch, ich weiß. Oh nein, ich habe es auf meinen Kopf geschnitten. Ja, es ist Temperate Glass Moto G7. Also ein Glas für vorne und eine Hülle. Okay. Ich habe mir eine relativ günstige Hülle bestellt. Aber mir war es halt wichtig, dass keine Hülle, manche sind hier zum Aufkleben, wo man das Handy nur drauf klebt. Aber ich will unbedingt diese Kunststoffhülle da innen drin haben. Das ist mir persönlich wichtig. Und dann klatscht man einfach sein Handy hier rein. Bäm. Das Temperate Glass. Hier gucken wir auch nochmal, wie das aussieht. Das ist auch. Zack. Na komm raus, Baby. Okay, nice. Also es ist auf jeden Fall nicht für das G7 Play gedacht, wie man sehen kann. Irgendwie scheint mir der... Er hat mir eine verkehrte Hülle geschickt, um ehrlich zu sein. Ich wollte keine Lederhülle. Ich wollte eigentlich so eine... Einfach nur so eine Plastikhülle mit einem Temperate Glass. Aber jetzt ist das Temperate Glass. Also gut, okay. Das brauche ich wohl mal definitiv nicht, weil ich habe ja jetzt eine Lederhülle. Aber, ja. Geil. Mal was gratis gekriegt. Vielleicht werde ich den noch zurückschicken. Ich werde den erstmal anschreiben, ob ich vielleicht ein bisschen ein paar Euro drauf zahlen soll. Oder beziehungsweise ob er das Temperate Glass halt zurück haben möchte. So sieht das gute Stück auf jeden Fall aus. Ist schon nice. Das war es auch schon wieder. Es war ein relativ schnelles Unboxing. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wenn ich das Teil finden sollte. Link ist wie immer unten drunter. Ansonsten, dass mir ein Kommentar da oder ähnliches. Bis denn dann. Ciao.